Ich habe seit gut 20 Jahren Erfahrung mit Stromkabeln, auch im Ausland. Nicht nur mit deren Funktionsweise bin ich bestens vertraut, auch in puncto Design-Formgebung bin ich auf dem letzten Stand. Mit gutem Gewissen kann ich sagen, dass das hier angepriesene Modell die Erwartungen mehr als erfüllt. Strom wird transportiert sogar in beide Richtungen. Halb-Duplex. Mit Pantone 426 wählten die Designer das wohl schönste Schwarz am Markt und haben die Farbwahl konsequent umgesetzt, mit Ausnahme der Metallteile. In der Anwendung einfach genial. Ich arbeite bei einem Internetradio und seit wir dieses Kabel für unseren Studiocomputer und das Mischpult verwenden, hat unsere Hörerschaft um ein Vielfaches zugenommen. Von 0 auf 7. Und die Hörerzufriedenheit stieg innerhalb von Minuten von 0 auf 100%. 0, ich höre gar nichts, bis 100, ich höre was. Tolles Technikerlebnis. Meines Wissens ist es Full-HD vorbereitet. Bluetooth 3.0 muss ich erst ausprobieren. Auf jeden Fall Plug-and-Play fähig. Ein Stern-Abzug, weil noch nicht wireless. Gutejerne Gθd